Die Waffenverbesserung von unserer Harpune? Oh, irgendwo war doch hier Sauerstoff, oder nicht? Scheint doch nicht. Einen Heil kann man auch sicher killen, ne? Achso, ich habe schon genug Muni. Das ist schon mal sehr gut. Nutzen war. Ah, miss. Er würde gerne auch die Fische hier mitnehmen. Scheiße. Geht doch einfacher, ne? Schwimm doch nicht weg. Scheiße. Scheiße auf den Einen. Keine Ahnung, wie fies der ist. Aber den hatten wir auch nicht. Großer Barracuda, sehr schön. So, wir sind fast überladen. Schöne Ahnung. Weißt du, was wir jetzt? Je war nicht wie. Okay. Wir sind fast überladen. Ich war nicht nur um, 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 um. aber ist auch halt irgendwann ändern scheint geht es halt nur die tiefe hier waren wir und hat man glaube ich noch nicht oder junge wir zufrieden ich haben ich kann so drücker fischen hat man doch schon ok er greift wie ein haie an und schneller jetzt habe ich den kleinen fisch getroffen er schwimmt so weit weg dass ich nicht treffen kann wenn er verletzt ist flüchtet er auch noch ich habe nur noch einen schuss ach man muss das jetzt sein ok wir sollten auftauchen ausgang gefunden also wir haben jetzt echt genug fisch ne er freut sich was ist das denn guckt euch mal die werte von dem an ich hoffe raul ist nicht allzu teuer ja koch wahrscheinlich auch noch viel schneller als unser eigener chef koch so gucken wir doch mal wir brauchen jemanden für die küche da kommt ich habe nichts angezeigt ah ok boah der kostet aber boah hier steht auch gar nicht dran wie viel muss ich das im monat bezahlen komm er ist gut ich heuer ihn an und wenn ich da dran zugrunde gehen ich gehe mit dem mittel zum einstellen ach ich muss einmalig oh nein das ist ja scheiße er soll bestimmt gleich weg wenn ich nicht annehmen ja ähm dann wird es ja witzig kennen wir schon veredeln so lange bis es gut ist guck mal 15 kröten kriegen wir dafür wo ist der heilfisch da ist er veredeln mit olivenöl gibt 68 geil ach ich brauche drei köpfe dafür ok ist ja doof ist egal wir kaufen ihn so wir werden noch mehr haie umbringen ich würde sagen jetzt machen wir nur noch kleine fische aber die ist ja auch lohnt ne 19 nehmen wir anzug den lassen wir erstmal guck mal hier drei gold gutes geschäft würde ich sagen ähm ja dann auf in den krieg ne okay easy was mit meinem personal bist die olle ich wollte schon sagen blind ich muss rennen ich muss rennen ich muss rennen ok bisschen voll aber egal oh da ist schon der erste rote balken vorbei Oh mein Gott. Warten sie noch nicht so schnell. Oh, die dumme Pute, ey. Toll. Ja, also mit einem weiteren Koch wäre das natürlich besser gelaufen, ne? Boah, shit. Das ist jetzt mies. Wir hätten viel mehr Kohle machen können. Wir hätten viel mehr Kohle machen können.